Mein Name ist Evelin Rappold, ich bin die Obfrau des offenen Hauses Oberwart. Wir freuen uns aktuell sehr auf die erste Theaterpremiere seit langer Zeit. Der Fluss sucht sich ein neues Bett, feiert am 31.12. seine Uraufführung im OHO. Ich darf Sie herzlich einladen, an einer der Veranstaltungen live oder via Streaming im OHO dabei zu sein. Freuen Sie sich auf einen Abend, wo Sie die Vielschichtigkeit der Musik der burgenländischen Volksgruppen und auch von Menschen, die seit einigen Jahren Burgenland als ihre Heimat bezeichnen, kennenlernen. Alle Infos dazu finden Sie auf www.oho.at. Ich darf Ihnen jetzt schon ein schönes und friedliches Weihnachtsfest wünschen und kommen Sie gut in ein neues Jahr. Ja, ich darf Ihnen jetzt schon ein neues Jahr. Musik Musik